hier willkommen mein namen ist dann über und ich begrüße euch zurück zu let's play megaman x8 ja ich habe mich mal entschieden hier mal wieder weiter zu spielen aber ich habe ehrlich gesagt keine ahnung was ich am ende des letzten partys vor hatte also womit ich weitermache deswegen naja seid nicht überrascht wenn ich jetzt ein bisschen orientierungslos bin vielleicht auch ein bisschen das spiel verlernt habe weil es jetzt schon wieder glaube ich zwei wochen mehr so dann gucken wir mal ach ja stimmt wir haben in der letzten folge hier wenn wir dann ein seltenes metall gesucht das haben wir auch glaube ich bekommen und ja jetzt geht es auch zum nächsten boss und ich habe keine ahnung wen ich jetzt nehmen soll aber ich glaube ich nehme auch wenn es sehr nervtötend wird ihn als nächstes jetzt muss ich mal kurz nachdenken ich glaube ich brauche natürlich ich weiß nicht ob sich hier in rüstungshall befindet oder wo es sich überhaupt beginnen würde deswegen naja ist jetzt schwierig ich nehme exe und dann nehme ich palette mit weil ich kenne mich in dieser level echt nicht mehr aus ich weiß nur dass es da einen punkt gibt wo ich verzweifeln werde deswegen könnte ich mir eigentlich auch diese level für den nächsten oder den übernächsten part auf waren aber naja ich dachte er taucht immer so nach jeden vierten auf jeden vierten boss drauf und ja mir wäre es eigentlich lieber gewesen als wäre er aufgetaucht wenn wir diese level ja machen weil es gibt einen verflucht schwierigen raum und er kann mehr oder weniger umgangen werden wenn man gegen weil kämpft wenn man gewinnt glaube ich sonst braucht euch das jetzt wäre wichtig sein diese typen wie man gesehen hat können auch ja auch die stacheln rum surfen das werde ich so was man brauchen und tot sei da ist eigentlich eine witzige level nur sie kann schwer sein das weiß ich noch und man kann ja auch viele metall bekommen wenn man sich nicht zu blöd anstellen und ja ich glaube hier könnte man auch so drüber surfen verdammt ich bei überzeigen egal da wenn man darüber geflogen wäre dann hätte man ein paar kommen weil es nicht so ist kann ja dass wir mal kurz gucken was haben wir denn bis jetzt danke wenn die teile lieb am boden oder eine luft die spezialwaffen taste also den und das auch gut das war gut aus ganz wichtig dass man ja alles einsam und ja wenn man gemerkt hat die roten dinger die stellen den raum auf den kopf grünen dinger die wegen den raum nur einmal kurz so jetzt könnte ich euch eigentlich erleben wenn ich dann schon oder auch nicht jetzt mal das hier machen und das hier wunderbar weil es auch noch da ist jetzt so und hier wird ganz einfach nämlich ich gehe drauf und ich gehe doch nicht dann hätte sich eigentlich überhaupt nicht bewegen müssen wenn man so faul ist wie ich ich habe jetzt ich brauche gar nichts drücken das ding bewegt sich von alleine sogar noch bis zum letzten punkt schön da 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 immer schön man immer schön wechseln damit sich die roten linger aufgehen sollen sagt wenn wir jetzt nicht sicher ja ja nein nein ja 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 das kann ich nicht also muss man so so sind wir hier oben schön also das bringt uns nicht mehr nein wir verwandeln ich mich nicht auch können ja ich weiß was ich hier mit auf sich hat aber ich werde es auch rausfinden so jetzt kommt glaube ich schon mein hassraum jetzt guckt euch das an da da war noch nicht mal schwierigste ich werde hier drauf gehen ja das ist ja wenn ich das ding aus versehen aktiviere dann ja dann wäre ich jetzt gefangen gewesen dann werde ich dann mal auf schön aber kann auch so machen einfach mal so dann sagt ob ich ein pro und wo ich gerade kurz ein sprecher genau deswegen hätte ich lieber gegen ball gekämpft wenn man im ball kämpft ist dann natürlich viel einfacher als diesen tag raum zu machen ja und von diesen riesen stacheln schützt sich schütze ich mich mit access transformation glaube ich nicht so und ich werde noch häftiger ja guckt euch das an boah was hat denn genau deswegen wollte ich diese level erst machen wenn wir wieder eine chance haben gegen ball zu finden ich habe ich habe ich habe die ganze ist der schlimmste raum im gesamten spiel das ist meiner meinung nach auch schlimmste das schlimmste dinge mehr in diesem spiel ja aber ich habe mich Dank ich habe ja wieder ein paar verschwemmte durch noch mal wir aber ihr seid folgende ja ja jetzt wird noch schlimmer glaub ich glaube das war noch nicht da jetzt frag ich mich ob hier nicht ein fehler gemacht habe man ist voll unfair da guckt euch das an das muss ich überleben den scheiß muss ich hier alles überleben so jetzt muss ich jetzt möchte alles in einen rutsch schaffen ja ich gerne nicht aus jetzt an wie viel metall wir bekommen ich bescheuert ich weiß noch nicht ob diese eine staffel läufer mit halbfähigkeit ein davor schützt aber ernsthaft wie kann man so einen raum einbauen ist doch das ist auch viel zu hardcore man noch mal kann jedenfalls weiß ich auch noch nicht einer von kann man findet kann man teleport hat was weiß ich letzter versuch soll sie am besten gehe ich nach und dann gleich muss ich nach rechts ist dann weitergebreitet nicht so wie war es jetzt noch mal da ist einfach noch recht oder kam ich drückt hier guckt euch daran ja nicht mich den scheiß mit ganz überleben für die metall habe ich aber noch die neue versuch chips geht wahrscheinlich die meiste kohle wieder drauf oder ein bisschen oder gar nicht mehr wesentlich schon mal wieder kaufen wenn wir ihn abkommt dann kaufe ich mir jetzt mal das hier ist die schwert und dann suchen wir uns eine andere level aus weil die kann mich mal ich weiß nicht soll ich wieder die versuche ja und ich glaube auch ich weiß jetzt was das letzte dinge hier ist die jetzt auch schlimm ich glaube ich weiß nicht ich weiß nicht das heißt auch immer die dann nehmen wir und und ja nehmen wir schon mal in die level rein kann zwar ausschlimm sein aber nicht so schlimm diese eine bin ich nicht schön ja okay also je nachdem wie blöd ich mich anstelle mit das level gesenkt oder erhöht da die jetzt mit exe relativ wie sie da kommt er aber jetzt ist das hier sind noch ganz andere räume hier die schlimmere ich glaube wenn die zahl noch rot ist dann wird das level nächsten raum bringen ich glaube wenn es weiß wird dann bleibt ich glaube jetzt gelb wird dann weil ich damit der level erhöht im nächsten haupt dann bin ich mir jetzt nicht sicher da ist ein mitlauch mit der zeige und dann jawohl aber 80 perfekt und gerade was ja ich verabschiede mich aber schon mal für diesen part und wir sehen uns dann im nächsten part